habe ich denn jetzt das richtige aktiviert hier machen wir die eins als erstes nehmen wir den teufels huft da unten mit hat er eben nur wieder kettenblödsinn kein mensch brauche schrecklich guck mal ein schatz keine ressourcen drinnen dafür eine axt die sehr viel schwächer ist ja dann droppt dann endlich mal irgendwas was wir anziehen könnten theoretisch macht dann aber zu los na gut ist sowieso egal da wir ja sowieso irgendwann die apexes kristalle brauchen und damit werden wir uns dann ausrüsten und gut ist haben wir dann einen hier jetzt momentan für gegenstands boni 527 das ist ja nix da ist ja nix mein kind das ist ja nix na gut in die richtige richtung ja so groß ja da wird ja wieder viel umgemodelt zu den beziehungsweise bei den ganzen siegesrausch die ganzen klassen dazu kommt ja noch dass man zuschlagen helderhafte wurf bringt das hier setze ich drei sekunden zum schweigen siegesrausch moment da können wir eigentlich noch mal reinpacken moment 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 siegesrausch haben wir irgendwie eine geringe glüfe schildweil ja was hallo ähm ja also die ganzen sachen wir werden hier wieder geändert dann kommt ja dazu dass man alle specks mehr oder weniger lernen kann das tree speck talent modul weil man kann ja jetzt hier okay ich habe das nicht gelernt aber man kann ja jetzt zwischen zwei specks aussuchen mit dem neuen addon sind es da zwischen drei aber ich bin ja eher so einer der nur 1 speck spielt verstehe auch schon gar nicht den sinn dahinter nicht aber naja gut viele spieler scheinen sich das ja gewünscht haben warum auch immer man weiß ja nicht und wie soll man dann flexibel ist ich meine manche spieler schaffen es ja nicht mal mit 1 speck den vernünftig zu spielen und dann sollen die 3 specks spielen äh ja ich sehe das schon jetzt in den raid guilden ja wie du hast nur 1 speck du brauchst aber mindestens 3 damit du mit darfst und alle 3 musst du beherrschen und für ausgerüstet sein wenn du das nicht bist dann brauchst du gar nicht mitkommen hey naja zumindest ist das was was ich noch erzählen wollte so den stein haben wir kaputt gemacht wie ein tentakeln aus dem hund das ist nicht gesund wo haben wir den nächsten stein der nächste stein muss es sein lalalala jhm wehen sie sind mal gespannt was da auf den inseln los ist auf den verheerenden wie die geschichte weiter geht ob sie weiter geht weiß ich ja nicht Ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Keiner mit der Tür. So, brauchen wir noch den Stein im Norden. Der muss ja auch irgendwo sein. Da ist der Mondstein, den brauchen wir nicht mehr, den haben wir schon. Da haben wir so einen Urturm gedöhnt. Verdeppte Kröte, die können wir auch nehmen. Da brauchen wir auch nicht so viel daran. So. Na komm. Komm her du. Hey. Okidoki. Dann gehen wir jetzt da hin. Das macht doch keinen Sinn. Wir hauen noch diesen Hund. Dann ist es uns zu Bonn in der Welt. Oh Gott, Kunst. Los. Verlangen. Elf Jahre WoW. Na. Das können auch nicht viele Spiele von sich sagen. Ok, MMOs schon. Es gibt ja viele MMOs, die schon älter sind. Er ist halt WoW. Zum Beispiel EverQuest, EverQuest 2. Wobei EverQuest 2 ist glaube ich genauso alt wie WoW. Glaube ich. Ich weiß ja nicht. Aber Dark ist älter. Oder. Ultima Online. Aber keins von diesen Spielen wird noch so aktiv gespielt wie WoW. Na ja gut. Da hat Blizzard ja sowieso so einen Fang mit gelandet. Aber die ähm. Leute die WoW gespielt haben haben ja auch vorher schon. Ok jetzt inzwischen vielleicht nicht mehr aber. Warcraft 3 gespielt. Oder kennt es zumindest. Zwingt das allsehende Auge. Hä? Zwingen wir zu. Seid vorsichtig. Der Dämon wird versuchen euch zu täuschen. Jaja. Soll er mal machen. Ich hab ja zwei, zwei Händer die regeln das schon. Die Göttin segne euch. Ja. Ich auch. Bitteschön. Die. 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 Der Herr. Wozu willst du mich denn zwingen? Beginnt mit der Bezwingung des allsehenden Auges. Oh. Oh. Das war das Falsche. Ähm. Ja. Schon verkackt. Ok nochmal. Nochmal. Nein. Nein. Äh. Achso. Dann sollen wir das lesen. schreien. Nein. Nein. Ich muss nicht bezwungen werden. Nein. Ich muss nicht bezwungen werden. Nein. Der lacht doch an mich. Schreinebuckl. Meine Vorfahren werden leiden? Ich habe keine Vorfahren. Was passiert? Der Rungur infiltriert die Auchenai und bringt Auchendun unter Kontrolle, quetscht sie aus. Wie ihr wünscht, mein Herr. Chogal, eure Angelegenheit im Frostfeuergrat lösen wir gemeinsam. Geht nach Nagrand und unterwerft den Oshogun, den Nauru. Ich will es vernichten. Die Faden sind der Schlüssel. Ich brauche nur seine grenzenlose Macht. Ratsun, ihr bleibt hier. Mit euch habe ich andere Plänen. Was ist das? Auge, was versuchst du zu sehen? Auge um Auge. Ah, okay. Da haben wir dann wohl ein paar Pläne gesehen. Dann werden wir mal mit Katka reden. Gucken wir mal, was der dazu sagt. Wir werden einen Weg finden. Ja, werden wir. Bring Korkossplitter, Gorgalsplitter und Hackgrassplitter in eurem Besitz. Seid auf der Hund. Töte 20 Orks der Schattenrads in Kulvar. Acerod verlässt sich auf uns. Ganz recht, ihr bleibt hier. Ja, okay. Ja, bleibt ihr mal hier. Ich mach das schon. Ich kriege das auch alleine. Ich brauche die Hilfe nicht. Ich hab die noch nie gebraucht. Geht weg. Na gut. Dann geht's mal weiter. Heiter, weiter geht's. Für 5 Euro oder so. Es geht immer weiter. Immer heiter, weiter. Hallo, Hauzi. Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen den ganzen Tag. So. Einmal absteigen, bitte. Wollen wir denn hier, dass ein Päon da Angst hat? Wollen wir da Angst haben? Wovor hat der Päon Angst? Wir haben ein paar Wauzis. Ein paar verfluchte Wauzis. Ein paar verfluchte Wauzis, die sich losgelassen haben. Das hier aber nicht cool ist. Und dies. Na komm, ich schlafen. So, ist brav. Schön schlafen. Schlafen, schlafen. Zu den Wörner. Nein, du gehst weg. Wird nichts vergiftet oder angespuckt oder sonst irgendwas. Gib mir mal deinen Splitter. Boah, Rai. Gib mir mal deinen Splitter. Die sind alle 94. Ich wusste gar nicht, dass man hier... Oh, guck mal, der hat seine eigene Arbeiter benutzt. Ah, da hinten noch. Wo ist denn hier... Ah, hier, das Bäumchen. Aua. Bist du den Hof oder was? Ja, ja, geht immer. Komm, ich mach eben den Ork und dann... komm ich auch gleich. Wobei. Jeder, der was anderes gedacht hat. Schweinchen. Bitch. Hör doch mal auf mit dem Blödsinn. Ist nicht schlimm mit euch. Jo, da ist ein Wautzi. Wo ist denn der nächste? Da ist ein Schattenkrieger. Der nimmt auch mit. Ja, der kann auch mit. Und weg. So, stimmt nicht mit. Er hat die... Augen von Superman. Oh ja. Nein, der sollte sich casten. Das ist böse... Böse Dinge planen böse Mobs. Ne, Moment. Andersrum. Böse Mobs planen böse Dinge, so. Ach, komm schon. Lala. Hat er denn jetzt gecastet? Oh nein. Erdbeben. Von unter der Erde. So, wo ist denn der nächste? Da ist der nächste. Teufelsherrin. Hakra. Teufelsherrin wird jetzt erstmal stumm gemacht. Hat sich ausgeherrt. Oh ja. Wow. Du bist echt... Du bist echt die Teufelherrin. Der Teufelsherrin. Höllehauer fällt nochmal um. Den Splitter haben wir auch. Wir brauchen nur noch zwei Stück von dem... Pösen, pösen, pösen. Ich muss noch ein bisschen ziehen. Braucht sie. Oh nein. Oh nein. Gäste Sternen. Oh Gott. Oh. Ich tritt wieder mein Leben wieder. Gib mir mein Leben wieder. Oh, ist voll um. Hm. Hier habe ich die ganze Zeit im Kopf. Warum flippt er nicht so rum wie mein Wiedergänger? Weil es nicht mein Wiedergänger ist. Es ist nämlich nur mein Krieger. Das erzähle ich aber auch schon zum 100. Mal, glaube ich. Das kommt, wenn man irgendwas zu viel spielt. Dann wundert man sich da, warum das beim anderen Spiel nicht viel zugeht. Hallo. Geh du mal. So. Was haben wir denn noch? Die Stunden in einem Mittag machen. Oder was auch immer die hier mit dem Lernwandler gemacht haben. Kann ich mir noch nicht tun. Sieh. Ah. Ich will, dass du stirbst. Das sind gute Sterbseiten. Schlechte Sch... Okay, das ist doof. Tch. Wo, wo ist er denn? Unser Freund. Irgendwo da unten. Fünf Stück brauchen wir noch. Moment, dass hier nur vier rumkriechen. Ist doch immer so. Man braucht fünf. Und vier sind es gut. Geh du. Ich muss halt um jetzt. Gute Zeiten. Schlechte Zeiten. Na, komm. Kommst du. D-D-D-D-D. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ich hab's nur vergessen, was das war. Okay. Wo ist denn hier die letzte? Da ist noch eine Hexenmeisterin. Aber die brauchen wir nicht. Irgendwo hier muss der sein. Da hinten. Ich muss näher ran. Oh ja. Du, guck mal her. Und dann machen wir dich nieder. Ich streck dich nieder mit all meinem Hass. Was macht die denn da drin? Schönes heißes Feuer. Weib, geh schon mal Feuer machen. Ich bring gleich das Opfer. Verdammt. Oder so. Oder die Opferkarotte, keine Ahnung. Oh Gott, die hier ist nieder. So wie es aussieht ist, äh... Pion auf der Tageszeitung. Hab ich fast gesagt, auf der... Ähm... Ähm... Auf der... Nein, wie heißt das denn? Auf der... Auf der, auf der, auf der, auf der... Ich komm jetzt nicht drauf. Speisekarte. Jetzt hab ich so... Mein Gott, auf der Tageszeitung ist aber auch geil. Oh Gott, ich bin nicht verplant. Nö, kein Stück. Das musst du. Katka. Hier hast du deine komischen... noch. 21, 20...